Herzlich Willkommen zur letzten Folge von EcksteinTV. Wir stehen hier vor unserem neuen Gemeindehaus und freuen uns, dass wir hier im Gemeindegarten sein können. Hier im Garten waren wir auch schon vor zwei Jahren zur Fußball-Europameisterschaft, haben hier gegrillt und gemeinsam Fußball geschaut. Jetzt haben wir Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien und unser Gemeindehaus ist fertig und wir freuen uns, dass es so geworden ist. Heute in der letzten Folge von EcksteinTV wollen wir euch nochmal einen Eindruck geben, wie das neue Gemeindehaus jetzt geworden ist. In Zukunft sind Matthias und ich dann im Gemeindehaus anzutreffen. Deshalb laden wir ganz herzlich ein, in Zukunft unseren Gottesdienst zu besuchen, sonders morgens um 10. Da kann man uns dort antreten. Genau. Und wir wollen uns bei euch bedanken für euer Interesse an EcksteinTV über zwei Jahre hinweg. Uns hat es viel Spaß gemacht, euch zu informieren. Wir wünschen mir allen Zuschauern alles Gute, Gottes Segen und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik 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 Musik